Der neue Hyundai i10 gibt sein offizielles Österreich-Debüt auf der Vienna Autoshow 2014. Gleichzeitig feiert Hyundai die Eroberung des zweiten Platzes in der heimischen Zulassungsstatistik 2013 und den Rekordmarktanteil von 6,61%. Mit dem neuen i10 soll diese Position gefestigt werden. Der kleine Hyundai bietet in der neuen Generation zahlreiche Features aus höheren Klassen an, etwa beheizbares Lenkrad oder schlüsselloses Startsystem und bleibt aber preislich im Rahmen. Der neue i10 ist ab 9.490 Euro zu kaufen.